Wir müssen verlieren, also wir gewinnen, wenn wir verlieren. Das heißt nicht, ihr wettet jetzt nicht, wer scheiße ist, sondern wer gut darin ist, scheiße zu sein. Die Regeln sind, wir müssen Sterne kaufen, wenn wir das Geld dafür haben, richtig? Aber ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt kurz vorm Stern bin, ich hab so einen Kettenhund, kann ich den weg machen, oder? Doch, klar, das darfst du alles strategisch dich sabotieren und so, damit du verlierst. Du kannst auch im Laden immer Items kaufen, um Geld zu verlieren. Okay, okay. Noch nie, ich hab angefangen in dem Spiel. Und jetzt starte ich als Erster jetzt. Das ist ganz nice. Das Zweite ist ganz... Die Sache ist die, wollte man jetzt nicht vielleicht trotzdem hier gut abschneiden? Ich weiß nicht, welcher Platz hier jetzt der bessere wäre so. Nein, ich trag meinen Strohhut. Das sollte ich eigentlich nicht machen in solchen Momenten. Oh, darf man da immer weh? Na und? Oh, du meinst, man kommt nicht zwangsläufig zum Stern, ne? Da wäre der Tortenmap vielleicht besser. Ja, okay, machen wir so, man muss nach vorne gehen, einmal. Alter, wie gut, ich hab nur eine Eins gewürfelt. Oh mein Gott, ja. Wie dumm. Nein. Nein. Tja. Tja, das ist jetzt wohl ein Problem. Warte mal. Man kann auch nicht zurück... Wie gehst du rückwärts? Was? Das ist weg, Digga. Erzähl ich euch nicht. Ich will auch rückwärts. Aber das Problem ist, wir sehen den oberen Bereich nicht. Kann mal jemand nach vorne laufen, bitte? Und den oberen Bereich... Ja, du bist auch schon. Keiner jetzt ins Ziel geht, ob dann sozusagen... Das ist ein Schwemann, der ist voll süß. Der hat mich gar nicht gesehen. Okay, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Ich hoffe, ihr jetzt erst da. Ich glaube, ihr habt es doch. Ja, alle Fälle. Es geht nur pro Runde. Kriegen wir jetzt alle Münzen? Remi! Auf einmal bewegen! Kriegen wir jetzt keine Münzen oder kriegen wir jetzt alle Münzen? Keine. Oh mein Gott, das war wohl süßes Spielen. Das ist so deprimierend. Ich habe es noch nie in meinem Leben gesehen krass. So mussten. Zack. Schön. Schön unter 20 bleiben hier. Das ist schon wieder so ein Spiel. Ich packe es nicht. Schön. Erlaubt es ja wie viel. Genau der Tagelangst. Oh mein Gott. Wie lange wird das sein? Ich glaube, es wird kürzer. Ich glaube, es wird so eine 15 Sekunden machen können. 15 Runden. Ich gönne Johnny den Win nicht. Hä, warum macht ihr das? Ja, ich weiß nicht. Es ist es jetzt... Ich will gucken, ob das was ändert. So wie du gerade. Du bist doch auch losgefahren eben. Okay, Johnny, hau noch mal drauf. Ja, aber da ging es ja nach Runden. Hier geht es ja nach wie viel... Ah, nee, wait. Nee, geht es nicht. Es geht darum, wer fertig ist. Ja, stimmt. Ja, warte. Dann mache ich auch auf einen. Ja, okay. Okay, jetzt einen noch. Oh Gott. Du musst auch noch einen machen. Ich drücke jetzt dreimal. Okay, ich drücke viermal. Hört auf! Nein! Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Jetzt könnt ihr fertig machen. In meinem Kopf gab es solche Zeitmen, Minispiele gar nicht, sondern es sind alles nur dieses eine Minispiele, die auf diesem Ball sind. Oder? Genau, wo man dann einfach so schnell wie möglich versucht runterzufallen. Ja, genau. Wir werden, wie ich mein Glück kenne, werden wir den ganzen Stream nur so einen Shit hier sehen. Da gibt es den Sticker, oder? Und ich lese da immer geht's noch? Und dann muss ich eine Video von denen... Geht's noch? ...wo dieser Donkey Kong schritt oder so machen. Geht's noch? Bitte saug mich. Geht's noch? Sag ausgerechnet Donkey Kong's Cock. Wait. Außer... Ne, war das nicht auf Zeit? Ist auf Zeit doch. Oh. Oh mein Gott, das ist doch scheiße. Wollen wir jetzt hier wenigstens eine Regel machen, dass man irgendwie schießen muss? Ne, dann schießt man einfach gegen die Wand so. Hä? Johnny, Johnny, was ist das denn hier jetzt für... Was ist denn das für eine Undock-Station? Yeah. Yeah. Ganz, ganz ruhig jetzt. Keiner schießt ja irgendwen. Waller-Film heute. Saß mit Kartellern im Mario-Party. Hast du schon mal gesehen, dass 20 Leute mit gezogener Waffe auf Gesicht stehen? Ey, bitte kein Geld auf laufendem Bad. Was für ein gutes Minispiel, um zu gucken, wie man ausweichen kann. Oh, scheiße. Wir haben zu dritt voll den Nachteil. Oh mein Gott, man kann ja immer den machen. Ja, schade. Schade. Vorsicht! Nein! Oh mein Gott! Alter, ich hab ne Münze. Es fühlt sich ja so komisch an, das Spiel so zu spielen. So normal... Ich war halt, was ein Mutus war. Boah, sind wir scheiße. Ähm. Einfach nur machen. Ah, let's go! Ey, es läuft so gut wie noch nie. Es läuft so gut. Ich werde so fetten Bonus-Sternen dafür bekommen, dass ich keine Strecke gemacht habe. Ich raste aus. Okay, ich mach den Stern weg. Mach einfach. Komm schon, komm schon. Ich hoffe einfach, dass der weiter weg ist. Ich hatte so ne gute Taktik. Weg damit. Das wird unser Problem, Johnny. Mein Problem, weil ich hab 10 Würfel wieder. Ich kann nur verlieren. Ich kann nur verlieren. Das ist so ein Rhythmus. Das ist immer der Rhythmus. Oh, ich bin grad vorbei. Oh, ich bin spannend. Ich bin grad vorbei. Ich bin sehr spannend. Nein, jetzt! Es ist so weit weg wie möglich. Halt! Oh, ich hab's gewonnen. Halt! 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 Drück mal A. Mit A könnt ihr bremsen, ne? Drück mal A. Kommen wir noch alle gleichzeitig am Ding an? Okay, Tisi hat das. Tisi hat gewonnen. Scheiße! Tisi hat's schon gewonnen. Nice, nice. Wir müssen nur noch 6 spielen, Leute. Wir müssen nur noch 6 spielen. Oh Gott, es ist echt close. Wir kriegen trotzdem alle Münze. Nice, nice, let's go! Wir haben einfach alle, die das der Rhythmus haben. Tiri, die Sache. Nice, nice one. Nice one. So unnormal! Ich hab das noch nie... Was? Ne, würfel, würfel noch mal eine 1. Was? Alter, ne, warte, man kann nicht... Okay. Ja, okay. Okay. Ja, ist ja viel besser als Münzen. Würfel, ja, ich mach jetzt eine 1. Ich mach mein Fenster auf, ich gifte sofort eine 1. Giftest du mir so viele Subs, wie ich würfel? Ja, bitte. Ich will das wieder aufwürfeln. Oh, scheiße. Ja, okay. Das war jetzt insgesamt eine 10. Mach mein Jan, ja, für mich. Mach mein Jan, ja. Wuff, wuff, wuff. Aroo! Oh, nein! Komm schon, komm schon. Einmal zustoßen. Du willst es doch auch. Das war viel zu einfach für Hockey. Ich hasse es. Ich war gerade so farbiert. 20! Was? Das war doppelte Münzen und Hockey kann einfach nur... Alter! Hey, okay, okay, warte. Regel, wir müssen einmal draufhauen. Jeder muss einmal draufhauen. Ich kann doch auch, warte mal, ich kann doch so machen und dann... Könnt ihr jetzt einfach alle in mich reinrennen? Ja, hast du gerade die Sterne? Okay, es war mega dumm, aber passiert. Nein! Geh da rein, geh rein! Geh ein, Sammi, ein! Sammle du ein! Oh, lol, man klappt... Das kannst du ja klappen. Ja, rein, rein! Oh, nein! Oh, Gott! Fessig! Alter, wie ein Green Demon Challenge einfach. Hahaha! Wieso haben wir uns nicht einmal mehr flatt machen können? Ist das so dumm? Glückwunsch! Oh, mein Gott! Ah, lol! Hey, was tust du da?! Nein! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Ja! Oh, mein Gott! Wieso hat der das getan? Oh, mein Gott! Heize will halt, dass der Tezi verliert! Die Menschen, du hast jetzt so 100 Sterne, aber wirklich 100 Sterne. Nee, okay, was tust du mir so, aber... Hä, juckst du mich? Ja, ich hätte mich viel mehr freuen müssen, wenn die, wenn die halt... Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Nein, warte, ich hab was bekommen! Nein! Können die ja! Warum ist das so nett? Ich freue mich und das war das komplette Gegenteil. Ich raste aus. Ich will auch, dass wir so drüber reden, wie am Gegenteiltag. Wir sagen gar nicht, oh ja, ich hab dann gewonnen im Sinne von, ich hab dann verloren, Sondern, wir müssen immer so tun. Wisst ihr was? Ignoriert mich einfach. Geiles Mensch, wir an der Stelle auch wieder. Heize ist aber so ein nicer Teammate, Alter, ist so geil. Du bist so ein Wichser, wirklich. Die lachen! Ah, ich bin wahnsinnig! Ah, scheiße. Junge, ich versuche dich, mich so hart zu sabotieren, das klappt einfach nicht. Hast du meine richtig hübsche Frau geküsst? Ja. Warte, warum kann man sich gegenseitig schlagen? Hör auf! Alter, kann es sein, dass das Spiel nie aufhören wird? Nein, das ist teilweise. Also, ja, normalerweise gibt es ja wenigstens noch einen Timer in irgendeiner Form. Nein, irgendeiner kommt ein Timer, irgendeiner kommt ein Timer. Okay. Ja, es ist ja auch ein Online-Spiel, die denken sich auch, hallo, unsere Server. Hallo! So bei Mario Kart so, Entschuldigung, du hast zehn Sekunden keinen Input gemacht. Ich glaube, du bist disconnected. Geht's noch? Also, das ist bei dem Spiel auch nicht. Geht's noch? Geht's noch? Stellt euch vor, es kommt so eine randomne Person ein, die keine Ahnung von dem, was wir machen wollen und ich kenne, sondern sie so jetzt in den Stream-Joyen. Sorry. Ja, das war schon das Ende. Das war das Ende. Oh mein Gott. Ich kenne da kaum welche. Die Boni. Oh mein Gott. Die Joni-Boni. Ja! Nein, nein, ich glaube, ich habe einiges eingesetzt. Nein, ich habe einiges eingesetzt. Kann auch nicht sein. Ja! Nein, bitte nicht. Ich auch, ich... Nur eine Person. Yes! Nein, kacke. Ich bin gleich, wir sind es mehr gewesen. Ja, ich habe echt... Oh, wichtig, Chad, wichtig, Chad. Man muss ja auch letzter werden. Das kann Joni kriegen! Das kann Joni kriegen! Was, 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 was... Fuck! Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Oh mein Gott! Ich habe es gewusst, dass das passiert. Jetzt gewinnt Heize. Ich habe das Ziel. Ich habe das Ziel. Ich habe das Ziel. Ich habe das Ziel. Jetzt verliert Heize. Jetzt verliert Heize. Was? Ich habe zu viele Münzen. Nein, ich habe verloren. Tasi hat euch verloren. Ich habe keinen Stern. Oh mein Gott! Scheiße, Liga. Let's go! Tasi! Guck mal! Das Spiel hat alles gekauft. Nur weil ich so viele Münzen habe. Was ist das denn? So glorreich, davor zu streben. Ich bin einfach Erster. Das kannst du keinem erzählen. Tasi, du bist offiziell der rechte Loser, Alter. Let's go! Jim, the greatest loser. Let's go! Let's go!